Mallorca Mitte Februar 2014 nach mehreren Tagen Regen und Sturm wieder wunderschönes Wetter bei 20 Grad strahlend blauer Himmel und hier ein wunderschöner Blick über die Bucht von Palma im Hintergrund das Tramontana Gebirge aber auch die Einheimischen machen sich ganz langsam wieder auf an die Strände wie der junge Mann hier zum Angeln